Hallo Leute, willkommen zurück bei Heyday und wir haben einen kleinen Fuchs als Besucher. Oh, ist der süß. Hat er sich gerade gekratzt? Sehr schön. Vielleicht bringt er uns Glück, weil wir das Glücksrad drehen. Das Rad der Entscheidung. Was kriegen wir? Was kriegen wir? Komm schon, wir wollen ihn schon haben. Und was ist das denn? Ein Ring. Aha. Vielen Dank für diesen Ring. Wir haben einen silbernen Ring erspielt. Ich weiß nicht, wofür der gut ist. Aber wir werden uns darüber natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal beim Glücksrad. Macht's gut. Ciao. Dannheadarrock. Tschüss. Tschüss.